Herr Beck, ich glaube, der Unterschied zwischen uns beiden ist, dass ich wirklich zu meinen Lücken hier offen stehe und auch gar nicht den Eindruck erwecke, ich hätte davon Ahnung, sie es noch immer verzweifelt tun. Und das ist eben der Witz. Ich finde es bemerkenswert, wie Sie hier irgendwie auf die Piraten zum Beispiel draufhauen, wie Sie auf uns hier irgendwie draufhauen und dann so, naja, und BGE und Sie haben von Schlecker keine Ahnung und lalalala. Und dann mit so einer Leichtigkeit, ja, ach, 210 Millionen, ja, das hat der Rechnungshof jetzt hier gemacht. Und das erklärt dann noch einiges. Aber wie gesagt, vielleicht haben Sie ja auch recht, ich konnte Ihnen, wie gesagt, folgen verstanden, habe ich es noch immer nicht, aber Ihre Wähler und Wählerinnen und die Bürger von Rheinland-Pfalz, die finden das bestimmt großartig. Sie haben mich auf jeden Fall, die Wähler, schon fünfmal wiedergewählt. Ja, vielleicht war das ein paar Mal zu. Herr Beck, vielleicht können wir die... Oh, ho, ho, Berlinerinnen und Berliner, wehrt euch mal dagegen, hier wird ein Loch gemacht. Was soll denn das? Ist das, ist das Politik? Ist das Politik? Ja, ich bin ja wohl mindestens so gut wie Herr Schneider, wenn nicht sogar noch besser. Aus demokratietheoretischer Sicht würde ich das so bewerten, dass Sie nicht rechnen können, denn die Wahlbeteiligung war 19,1 Prozent, 87... Ich finde das übrigens gut, dass meine Uhr nicht läuft, ich kann auch den ganzen Abend. So, was hätten Sie sich, liebe Grünen, hier aufgeregt, wenn wir wegen dem BER oder irgendeiner anderen Geschichte zum Bund gelaufen wären oder zu sonst wem und gesagt hätten, hier, so eine kleine Fehlplanung, wir hätten gerne ein Ersatzgrundstück. Wenn Ben Becker und David Hasselhoff die Berliner Politik kommentieren, dann haben wir ein ganz ernsthaftes Problem. Ja, ich finde es sehr bemerkenswert, dass Sie das hier im Rahmen einer politischen Talkshow für irgendeine Form von Berichterstattung halten. Das freut mich immer, meine Gebührengelder bei der Arbeit zu sehen. Ich gucke jetzt mal Internet und ich verstehe, das ist das Problem, Sie gucken Internet, Sie benutzen es nicht. Das ist genau der Punkt, Sie gucken, ich benutze es schon. Ich habe leider meine Kresse vergessen. Wenn ich die Kresse dabei hätte, könnten Sie sie hier vorne abholen und dann die Kresse halten. Entschuldigung, also wir sitzen hier und es sind drei Kameras auf mich gerichtet und Sie stellen mir die Frage, warum glauben Sie, dass den Piraten noch zugehört wird? Toll, toll. 200 Tage Rot-Schwarz, der Senat schlägt zurück. 300 Tage Rot-Schwarz, jetzt wird noch viel härter koaliert. Geht es hier um Sachfragen oder geht es darum, sich selber ein bisschen einen von der Palme zu wedeln, wie geil die letzten 100 Tage waren? Ansonsten habe ich mich sehr, habe ich mich sehr darüber gefreut, was der Herr Salé und der Herr Graf zum Thema geräuschlos gesagt haben und wie geräuschlos die Koalition arbeitet. Meine Damen und Herren, die Mafia arbeitet geräuschlos. Demokratie muss transparent und nachvollziehbar sein und das meine ich durchaus ernst. Wir können nicht immer sagen, bei der ganzen Scheiße, die da draußen passiert, da haben wir noch keine Meinung zu. Wir können doch nicht, ja Kampfdrohnen werden gekauft, irgendein Sparpaket, sonst irgendein Scheiß, haben wir noch keine Meinung für, müssen wir noch mal ein halbes Jahr warten und durch die Republik fahren. Und da ist die andere Hälfte nicht dabei. Wir brauchen diese Verbindlichkeit und wir wollen kein Delegiertensystem. Und ich komme zum Schluss.